Hallo Hallo Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Together Terra Rising Oh yeah Du hast dir grad auf den Bauch gehauen Na und? War's mich Können wir jetzt, oder? Nein, wir können nicht Wir stehen jetzt die ganze Folge da Geil, okay, können wir ein bisschen quatschen Mit uns von meinem Freund den Den Berserker-Lock Nein, der heißt Basti Sieht man ihm doch an, guck mal Sieht voll aus wie so ein Basti, ja Jaja, der hat noch nicht mehr Ze... Was machst du mit Basti? Okay, er rennt weg von der... Oh, eins hat er noch Rett dich Oh, deadass! Deadass! Oh, dead... Er hat nen Primesschutz Zum Glück hab ich jetzt nen Talisman aufgehoben Gott sei denn Gott sei denn, nein Ich hab nen Talisman Ich hab nen 360 Talisman Ja Stimmt, das sieht man hier ja gar nicht so... Das wär cool Das wär ja cool Das wär echt cool Ja wow, witz Action Hallo! Ah, ich hab achse... Ich hab Achse, ich hab achse... Ich hab Achse... Oh, Slow-M2 ich kämpfe in slow mo was auf deutsch eigentlich so viel heißt wie ich lege gesundheit ich hab's nicht mehr geschafft mich zu muten ach jetzt wollen wir nur noch die lanza box vielleicht die ganze folge darauf zu springen ja ich bin schlecht im jump and run unglaubliches jump and run du mal nur eine dumme bombe wirst und dann die letzten kanal und die abstauberin sie war faser glücklich ist alka höchst lalalala stan die mein woken warte ich will nochmal die sieben ausprobieren und der ist eingeschlafen oder keine ahnung war das nicht das einschlafen ich weiß es nicht saß wie das einschlafen Kann schon sein, ja. Du musst doch wissen, was deine Skills können. Nein, ich drück einfach drauf. Was? Wow! Oh, ich hab drei von acht erlegten. Ich auch. Oh, wir haben beide zu viel Penis im Zeug. Immer hauen! So, Moment. Oh, jetzt kommt der Nächste hier. Das kann es doch nicht sein. Ja, wir sind einfach zu sexy. Zu sexy. Auf jeden Fall. So, warte. Jetzt muss ich kurz gucken, was ich wegwerf. Wir werfen nix weg, wir machen auf den nächsten. Nee, ich mein, ich brauche ja Platz im Inventar. Wieso hab ich Mana-Pots? Oh mein Gott, wir brauchen Mana-Pots. Und ich hab Bomben. Bombe! Ey, ich fang schon mal an, das Weg zu... Ja, ich bin doch schon da. Nein, bist du nicht. Ich bin voll da. WTF? Hast du den Slide gesehen? Was? Mir ist das Viech übel geslidet. So Michael Jackson-Style. Boah. Also, ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, wenn sie ehrlich zu stehen. Ich kann doch. Das war kein Einblick. Nein, du greifst mich nicht an. Okay, du hast mich einwillig auf mich. Wieso haben wir das nicht geblockt? Wieso hast du nicht geblockt? Stunten! Ich hab mir so viel Mühe. Guck mal, wie der chillt. Hahaha. Hallo. 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 Weeweewee. Boom! Schriftvolle der Wiederbelebung. Und Abschiedssch... Oh, gib mir die neue Waffe. Du bist ganz schön geduld. Ich weiß. Ich bin mega geduldig. Ich bin geduldig, die Monsterleicht. Hör mal auf. Hör mal auf damit. Selber Schuld. Ich hab mir so viel... Ding. Kennst du das, wenn du einfach mal dir so viel dingst? Ja, voll. Ich nicht. Oh, dieser... Dieser Move, though. Ich hab mir vier gebracht. Das war... SEIN TOD! JA! Wuuu! Und jetzt? So, ich krieg die ganze Zeit das Zeug, weil dein Anvital komplett voll ist. Ja. Wow. Du sammelst einfach zu viel auf, merkst du? Nein. Du sammelst zu viel auf. Oder tust du wenig wegwerfen? Ich werf zu wenig weg, ja. Das ist nur ein Problem. Das ist gut. Wuuu! 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 Stehst du bei mir rum? Ja, ich hab gerade noch nicht gestanden. Ich hab mir schon wieder Sorgen auf mein Internet gemacht. Für die Föderation! Für die Föderation! Huch! Geh schnell weg, geh schnell weg! Hilfe! Ich will nicht sterben, ich bin noch so jung! Wer ist denn so ein Elin eigentlich? Äh, die sind mehrere tausend Jahre alt. Oh. Ich bin noch so jung. Hä, wieso hast du Werkzeugkisten? Warum machst du das? Robin? Wieso tue ich das? Hahaha! Warum machst du das? Allein, um dich zu verwirren. Ne, mal ernsthaft jetzt? Ja, um dich zu verwirren. Was bringst du überhaupt nicht? Och, deine Verwirrung. Das ist lustig. Robin... Ich bin gerade eben unsicher, ob wir die Quests hier weitermachen oder ob wir da drüben noch Quests für hier bekommen. Ich habe doch alle Quests voll. Nein! Nicht? Nein. Ah, okay. Ja, wir machen zuerst hier die Quests fertig und dann gehen wir weiter hinter. Ah, okay. Guck, der hat nämlich ein Ausruckszeichen über seinen Kopf. Oh, stimmt. Ich bin ja schon wieder bei Werker noch. Hast du das ein Schlüsselungsgerät bekommen? Oder ist dein Inventar zu kommen? Das war's? Ne, hab ich... Komm. Geh dort... Nein, hast du nicht. Nein, das steht da. Ja, ja. Ah, ich hab's gemacht. Ähm... Das kann ich wegwerfen. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Oh, und jetzt musst du dein Inventar öffnen und das Entschlüsselungsgerät benutzen. Entschlüsseln? Japp. Aua. 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 Gegenstände werden kombiniert. Ach, warte. Mein Inventar ist voll. Oh, wow. Du brauchst nochmal einen extra Platz. Ich hab's auch gerade gemerkt. So. Stimmt, das hat doch dann auch immer einen Cooldown. Ja. Hat da einer geschrieben. Joa. Später, würde ich sagen. Nochmal? Was auf du achtest? Ja, ne. Immer wenn ich den Chat lese, steht da irgendwas bescheuertes. Ja, ja, ja. Ist so. Glaubst du mir nicht, oder was? Nö. Boah. Armes Wolf. Wolf-Fuchs magst du was? Was? Kommt. Hi. Weil alle wissen, dass du ein Loot bist. Doppelpunkt P. Seil kann auch tanken. Das ist schön, dass die alle tanken können. Die hättest du ihre eigenen Autos. Das heißt, da haben die sogar eigene Tankstellen. Boah, das wär krass. Boah, das wär krass. Nicht großes D, äh, Semikolon. Nöööö. Aber was... Oh, jetzt hab ich... Das hat's weg. Das war zu schnell, ne? Ja. Dachte ja... Ähm... Ja, das hab ich wahrscheinlich. Das heißt, magst du Bratwurst? Wieso geht's nicht? Ich habe doch die Nachricht entschlüsselt. Ja, du hast wahrscheinlich das Falsche angeklickt von den beiden. Du musst einfach immer wieder auf den Druck klicken. Ich brauche dir Hilfe. Ach so. Ach so. Okay. Ja, okay. Los geht's. Hast du jetzt sucht, Tetzloa, in den Ruhn für den Kauterweg? Ah ja. Gut. Nein. Das Mädchen. Keks. Ich bein' Keks. Nein. Oh Mann, oh. Dafür warst du nicht freien genug. Hopps. Falsche Richtung. Ah, du hast ihn trotzdem getroffen, hey. Voll gut, oder? Ich bin stolz auf mich. Richtig nicht. Mann, du bist so stolz daran. Wie soll ich auch? Hey. Oh, weil er jetzt echt zu schnell down irgendwie nervt ist. Wir können ja nochmal die Bastion machen. Ne, das ist ja auch langweilig. Du bist... Aber... Ich bin... Nee. Boah. Ich bin... Sehr spontan und... Seid ihr neu hier? Nicht. Nein. Nein. Das bist nicht du. Und ich kann springen, springen, springen wie ein Häschen, bin so... Keine Ahnung, was... Stark, stark wie ein Schäfchen, bin so hoch, hoch, hoch wie ein Indianer, oh. Was? Ich kommst jetzt von Hase und Schaf auf Indianer. Ich weiß nicht. Pass mich doch. Ich bin mal gereimt. Hier ist hier ein Schäfchen Indianer. Das war voll kreativ, ja. Das nennt man kreative Freiheit. Am Himmel, die Sonne ist voll krass. Da geht voll der Kreis rum. Ja, was? Das ist nicht eigentlich künstlerische Freiheit. Ich hab gar keine Sonne. Wo ist es da? Eine Sonne, what the fuck? Guck mal hoch. Das sieht voll krass aus. Ganz weit, äh... Nee, richtig hoch, ganz hoch. Genau über dich. Also jetzt nicht, wo der Baum ist, aber... Da ist, äh, keine Sonne. Doch. Sind's, äh... Zeig. Nein. Guck doch einfach mal vertikal hoch. Heißt das vertikal? Ja. Ja, das andere ist waagerecht. Schau doch einfach mal hoch. Horizontal, eigentlich horizontal. Ist ja egal. Jedenfalls. Stimmt, vertikal ist schräg. Freut mich sehr. Ach nein. Seid gegrüßt. Das ist diagonal. Ach so. Jetzt bin ich... Was? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt gibt's verschiedene... Wow, ja, aber... Wahnsinn, okay. Äh, äh, äh... Was ist Feuerstoß? Ah, okay, glaube ich. Okay, nee, das ist mir jetzt zu schlau. Oh, nicht dank. Ähm. Nee, es gibt, äh... Vertikal, horizontal, diagonal. Dann gehst du das Ganze nochmal mit waagerecht und senkrecht. Stimmt. Einfach nur... Synonyme. Aber die gehören halt zu sein. Zumindest... Hui! Vertikal ist waagerecht, oder? Hui! Hui! Nein, Vertikal ist senkrecht. Horizontal ist waagerecht. Wieso? Guck mal, du hast... Horizont. Wie ist der Horizont? Der Horizont ist gerade wie eine Waage. Weh, 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 weh. So, Meg, ich bin das... Möchte auch noch. Ich hatte sogar recht, dass wir zuerst hier entgehen müssen. Ah, ich bin zu... Du warst so gut. Ah, ich bin zu... So, eben ausgerustet. Und teleportatieren. Sag mir, was ich so tue. Teleportatieren, Teleportitation. So, mit dem Muddy hin. Gedenkt eurer Vorfahren. Gedenkt eurer Vorfahren. Später vielleicht. Jetzt kann ich. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, das kenne ich sogar noch. Ich... Aber die Frage ist jetzt... Rein theoretischerweise ist die Folge noch 1,48 lang. Tja, dann überzählen wir halt heute mal. Oh, passen wir... Wir sind so badass. Oh ja, oh ja. Klarer Geist? Puh, Katzi. Oh Gott. Sexy, Kerl. Scheint ganz schön badass. Also die anderen. Er nicht. Er war mehr so hochelfig. Hochelfig. Ich brauche gar nichts machen. Du machst es alleine, wa? Die kommen dann aber von 3 Richtungen. Wenn ich mir jetzt zurück teleportiere, meinst du das okay? Für mich ja. Für dich nichts. Oh Gott, wir müssen 4 Minuten noch aushalten. Wir müssen 4 Minuten überziehen. Ne, 3 Minuten nur. Naja, doch 4 Minuten. Okay, 3, 3,5 oder so. 3, 3,5. Ah, in dein Gesicht. Ich bleib einfach mal hier stehen, ja. Ich stoße ja, weil du meine Lanze in Sachen reinmust. Ja. Und ich spring. Spring. Hallo, ich bin der Emi. Und ich bin die Chocopudding. Hallo, hallo, hallo. Machst du dich schon wieder an einem Menschen ran? Mann, irgendwie. Ich bin voll überflüssig. Die kommen doch eh immer nur zu zweit. Später kommen dann voll die krassen Waves. Ja, ich weiß. Ich weiß doch, was cooler, wenn man ein Priester ist, da hat man diese Dings, weißt du schon. Oder man das einfach mag... Ich will, 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 nein, 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 nein. Oh, da hinten kommen noch mehr, ich rette euch. Wuhuuu. Okay, das war schon. Hallo. Wuhuu. Wuhuu. Ich hab jetzt gewartet, dass die weiter vorrennen. Bitte, du die mal. Ich geh zur Reise wandern. Komm, ich komm, ich komm. Wuiiii. Vergeltung. Happy Mettle. Ich bin zu dumm. Interessant. Jetzt aber. Ich muss sich auch um die andere Seite kümmern, da kommen Viecher. Achso. Da kommen Viecher. Eigentlich machen wir es immer so, dass einer auf die eine Seite geht, der andere auf die andere. Das ist ja viel zu logisch. Wow, wie weit vor die jetzt rennen. Was ist da los? Ich weiß, dass wir den Typen beschützen sollen. Mach'ial aber. Ich kann ich mir voll an dem vorbeigelaufen, wenn der angegriffen wurde. Naja. Oh. Ich hab ne zu kleine Reichweite. Ich brauch ne längere Lanze. Ja. Fuck, das ist nervig. Hallo. Wieso rennt die über mich rum? Ja, weil die auf den drauf gehen und nicht auf dich. Das ist ja blöd. Ich treff ihn nicht. Oh Gott. Ich bin so gut heute. Ich spür's. Ich bin einfach gut. Okay. Ach, ja. Die sind immer so unglaublich spannend. Hinter dir. Ja, ich hab's gesehen. Die sind immer eine. Nicht. Das sind Hugo und Theodor und... Wieso tötest du immer alle? Ich dachte ich soll, jetzt hab ich mal jemanden getroffen und jetzt... Oh, das war nur eine. Naja, was ist das? Meine beste Freunde. So wie all meine ganzen besten Freunde der Freund, die du getötet hast. Ich bin halt eifersüchtig. Ich bin doch deine beste Freund. Nicht mehr. Jetzt, dass alle meine anderen Freunde getötet sind. Jetzt sind gleich alle sowieso tot. Oh Mann. Können wir das jetzt zurückteleportieren? Ach ne. Lektionen sind nie leicht. Lektionen sind nie leicht. Das ist natürlich schade. Teleportation. Sanctum Mysterium. Penisinn. Lohnende Arbeit. Ja, ich bin voll bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Das kennst du auch nicht. Puh, das ist so ein Sponsport. Das singen immer alle, aber ich mag keinen Sponsport. Ja, du bist ja auch du. Und jetzt habe ich Millionen von Zuschauern verloren. Weil ich so viele hatte. Das ist jetzt negative Zuschauer. Ja. Ich habe Millionen negative Zuschauer jetzt sozusagen. Ist schon ganz schön gut. Minus eine Million Zuschauer. Ja. Gehen wir gleich wieder auf Kanal 7. Circle of Darkoon. Ja klar, hallo. Kanal 7, das ist der OG Kanal. Der Beste. Der Beste. You're simply the best. Den, 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 den. Bede, den, from all the rest. Never. Bede, pede. Ne, R. Das will jetzt keiner hören. Bevor wir weiter singen machen wir jetzt auch, äh, einen, also, beenden diesen Part, wollte ich sagen. Und wir wünschen euch noch ein paar schöne Tage und bis nächstes Mal.